Willkommen Willkommen zur neuen Folge von mindshow wolf hier heute als deadlaves und wenn ich genau hin startete vielleicht hier drei leute ja aber Leute mit einem sehr hohen IQ können hier vier leute erkennen ok ich zähl mal ab hier Oh Julien nein Nicht Nein Nein Ok ich wollte nur sagen wir starben einfach Es ist einfach so dumm Es sind alle heute deadlaves weil ich meine warum nicht ja deadlaves ist viel mehr als nur eine Person Oh mei Deadlaves ist ein Lebensstil ja Oh Deadlaves ist ein lebenseinstellig Tops hier der graue äh deadlaves Julian ist das oberteil von deadlaves und ich bin groß Wie ist es so als Hose? Und Räune ist einfach nur deadlaves Und Oh ja also im Sommer werde ich nicht so oft gebraucht weil es der Evo Rally Farm ist aber Jumai Er kann nicht bestätigen Jumai Es ist wirklich schon Aber ausschussweise Leute ich habe jetzt gerade eine Hose an Falls ihr mich glaubt guck mal So Ich habe gerade eine Hose an Und ich kriege ich wieder Kommentare wie Flora heute bin auch ohne Hose aufgemacht Ja also bei mir kam ja so Wer ist auch der Meinung dass Tops ohne Hose aufgenommen hat? Ganz ehrlich ich habe extra meine Kamera letztens umgestellt damit man sich auf meine Beine sieht dann will ich ohne Hose aufnehmen Nice Ihr müsst euch mal vorstellen ist es brün warm ne Es ist so warm Es ist wirklich so Die wollt aufnehmen ne und die wollt ja auch nicht so Ich stimme Tops zu ausnahmsweise Ja 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 aber Tops macht so den Winter auch wenn es kalt ist Tops ist generell ohne Hose auf Tops versetzt nicht bei der Hose Das ist eine lebenseinig Tops hat seine Hose aufgegessen Tops lebt ohne Hose Ey kaufst du gerade alle meine Sachen Tops Was willst du denn? Was willst du? Willst du Stress? Willst du Stress? Willst du Stress? Tops Wolf Tops ist Tops ist Wolf Ey übrigens Es gibt ja Ich bin laut 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 Ich bin das Oberteil Das weißt du schon Oh ich lauf weg Ich lauf weg Julian ist es? Hä? Ich bin das Oberteil Ich bin der Oberteil oder? Ja Ich bin nicht das Oberteil Ich bin der Kleine Dann ist Julian das Oberteil Ich bin die Hose Ja Dann kleben wir das Oberteil oder? Nein Ich bin das Oberteil Ich bin das Oberteil Aber ich hab kein Gefühl Hey wer ist das? Hier ist Julian bei mir AHHHHH So Flo ist Wolf Flo ist Wolf Ich hab heut schon Ich kann nicht fühlen Leute Ich bin im Baum drinnen Flo Oh Leute Was? Ich komm dir zu Hilfe Wo bist du? Ich bin der Heimgang im Berg drin Ich bin der Heimgang im Berg drin Es ist Flo nicht ich Okay warte ich bin gerade im Baum geheimnis Ich komm drüber Wirst du auf mein Oberteil wie Julian hören? Gell Auf dem Oberteil wird nicht Also man weiß ja Das ist die Hose das dominante Kleidungsstück Richtig Ich bin der Sommer zwar nicht Aber sonst eigentlich schon Hey generell Ich hab endlich ein Steinschwert Oh mein gell Oh ist es? Nein 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 Es ist Flo hundertprozent Es ist Flo Ich hab mein Herz Was willst du machen? was willst du machen? Ich verteidige mich jetzt Was willst du machen? Was willst du machen, ha? Ich verteidige mich jetzt Mit Stress Wo ist er ist? Ich bleiblich hab kein Stifel Und du willst auch kein Stifel Naja Ich dachte mir okay nach all der Zeit, wo ich keinen Wolf gebracht habe, bin ich ein bisschen eingegraustet, aber nein, ich hab's immer noch drauf und Leute, feiern auch Wolf, ja, deswegen, es kommt im zweiten Tag noch eine weitere Folge Wolf hier, ähm, aber das waren ja auch die letzten Folgen, ja, weil wir wissen, was ich sonst gerade mal aufnehmen soll, deswegen nehmen wir mal ein bisschen Wolf und ich hab Bock, wir hatten ein paar Updates hier gemacht, so, und so weiter, auf den Kalin von Tupsen Ronja, oh Tup, schreib mir, ich hoffe, dass du Tupsen musst, wenn du in den Fahrstuhl gehst, ja, Tupsen also, ja, du kannst dir ruhig deine Vorlieben, äh, für Dings, keine Ahnung, ja, kannst dir, Tupsen dich teilen, also, ich wieder, ich wiederhole mich jetzt gleich, Tups, ähm, ich hab keinen Schub, fällt mir grad auf, oh, warte mal, geht Schub Reset, ich hoffe, du stirbst einen qualvollen Tod, weißt du, ich, 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 ich find's gut, dass hier, ey, der Schub, geht nicht ich habe jetzt und fast zwei zeige auch noch drauf ich werde lebt ob es oder rolle ich weiß nicht nein ich war nur drei größe bist du ich kann das team an wo bist du ganz gut ich brauche drei holz wo ist das unterteil ich hab's nein wo ich muss dazu sagen ich hätte es geschafft hätte ich doch jetzt auf jetzt geschafft wenn ich einen hätte wie ihr normaler mensch hier aber er wirst du meinst nicht gerade das oberteil kann ja auch einfach nur klicken weißt du das bein wie sollen beine einkaufen hast du schon mal beine einkaufen gehen so wie es karneval oder fasching wo einer so den esel spielt und dann der andere nur das unterteil spielt oder so ein pferd zum pferd wartet schon mal also das ist so so zu verkleidigst du kannst du gerne mit dings machen mit kam mit der kass mit deiner mutter das edelkostüm machen so genau du könntest du mit deiner schwester machen meine schwester julianne nein juli jana turbina ok jetzt habe ich ein ding zu schaub was kaufe ich mir ich glaube erst mal aber jetzt muss ich frage den bei wer von euch ist der wolf ich nicht ich glaube jürgen diesmal und wer von euch spielt golf topz redet sich aus ich spiel mini golf zählt das? hä wirklich spielst du mini golf? warum? ey wo ich in london war war man überall nur ein assenschwärz das kann random am boden assenschwärz legen wo wir letztens in badesee nicht gegangen sind weil er 3 euro eintritt wollte und wir gesagt haben das sind 3 euro es ist schon relativ gut also da würde ich mich dir eine schlechte google rezension schaben 1,5 sterne ich komme aus einem land da lernt man von geburt an andere methoden um wo rein zu kommen ja wo man nicht gerade geld braucht ich kann nicht zu hause nachmachen aber wenn ihr mal irgendwo seid und wenn bei der party 15 euro wenn das euch teuer ist ja dann bei dem klo wegen dann kann man auch mal über den klo wagen rein ja 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 also hinten unten drunter oder über den klo wie dings eure freunde sind wie groß eure freunde sind und wie sehr ihr eine räuberleiter machen wollt also als eine frage der technik gell leute aber grundsätzlich und wenn ihr ohne glück habt habt ihr sogar den bonus dass ihr über den einkang bei einer bar rauskommt leute leute ich hab grad einen auf der weapon case nein oh nein oh mein gott ich ich flacke ich flacke ich flacke ich flacke ich flacke ich flacke ich hilf dir oh nein ich hab es nicht ey hilf mir hä oh das hilft nix du musst mich so klein machen oder ne ich muss mich kennen ich hatte grad ich hatte grad ich hatte grad 11 attack oh mein gott ich hab grad leute leute ich hab grad auch mal aus einer weapon case hat ein elf attack damage schwert bekommen oh mein gott ich bin schon wieder so groß ich bin immer noch so groß oh mir würde es schon ordentlich stinken warte mal wer ist das hier äh äh ronja warte mal äh warte mal wer ist das hier du bist du etwa bussen ah ronja bist du zu ronja bist du zu komm mal ich sag dir mein secret ok komm nein ich bin wirklich tot hoff 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 warte 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 das kennen wir das ist ja nix weiss komm runter ne ne komm mal her ja wir spielen du bist du wo bist du da alle die das noch nicht kennen das ist ein neues geheimnis da dachten wir ok wir upgraden die maps hier ja weil ich jetzt hier was stehen hier das ist geheimnis das ist geheimnis das ist geheimnis geheimnis du bist unsichtbar du bist du gestorben du bist du gestorben ich muss sagen ja die harten entscheidung sie brauchen die haben wir arbeiten gerade an wolf 2 und einem neuen anderen wolfartigen projekt das ist leider nicht welche rolle ich bin und ich hab auch keinen shop pfff also ist das floh es könnte schlimmer sein weißt du es könnte schlimmer sein du könntest zum anfang der runde gestorben sein du tobst das war absicht damit ich nicht mehr groß bin und rum bagger soll ich einfach davon ausgehen dass ich wolf bin und dann einfach vielleicht nö nö es kann auch ja ich spare mal es könnte doch sein denn da wollen oder bitte nicht ich vermute sterben das können doch ich weiß nicht wie geht das da macht nicht so viel WS DER MACHT DER MACHT DER MACHT DER MACHT DER MACHT WEISTE IST WEISTE WAS Was? Darf ich mal sagen, letzte Runde hier nochmal. Das ist mal wieder witzig, dass du sehen wie Ronja... Die kann man von aggressiven Tobias sterben. Du bist jetzt ständig. Eigentlich, dass wir eine aggressive Ronja machen, weißt du? Ägyptisch, dass wir schreiben, Chat. Warte, ich hab den auch, glaub ich, in Chat, oder? Eine aggressive Ronja, die dich heilt, anstatt die Damage macht, oder was? Ne, die schreit sich einfach nur an, wenn der Damage geht. Michael Wolf, wir haben mal ein Projekt, eine Serie, aber jetzt ist es schon viel mehr, sonst ist es ein Lebensziel. Aggressiven Tobias is overpowered. Flo, Tobias, wo bist du? Ja, es gab doch auch bei der einen Serie, da gab es auch immer einen Charakter, der gestorben ist. Wie Lisa Kenny, oder so. Ja, das ist Tobias. Ihr Schweine habt Kenny getötet. Ja, das muss ich sagen. Ey, es ist Tobias! Wieso soll ich das sein? Weil der aggressive Tobias sich die Sachen geklautert, wahrscheinlich. Ich glaube richtig, bis auf... Ich hab jetzt ein Schaubokern, also ich bin schon mal ein bisschen vorteilhaft hier dabei. Ja, weißt du was, Tobias hat ein dicker Wange. Tobias hat einen dicken Bauchnabel. Tobias hat einen dicken Bauchnabel. Tobias hat einen zweiten Bauchnabel, das wissen wir eh schon. Oh mein Gott, ist wie viel Loot! Und wie war euer Tank so? Ist man ja auch so ultra warm? Ja. Ja, ich wurde grad vor aggressiven Tobias gekillt, ne? Ich hab bei mir jetzt sogar wärmer als mit dir. Der Tage ist schon mal dezent, äh, äh, nicht ganz optimal. Suboptimal, ja. Fast suboptimal wie die globale Erwärmung. Äh, warte mal. So, zeig einer. Ey, ich komm nicht mit der ersten zufällig ist. So, jetzt kaufe ich mir was Schönes. Ich hab schon wieder keinen Job. Ich wär so froh ist. Was ist denn hier los? Ich glaub, ein Spieler hat auf dieser Map einfach immer keinen Job. Ich glaub das ist einfach schon irgendwie keine Ahnung. Okay, ich glaub ich hab genug. Ich glaub ich hab jetzt genug Stoff. Okay, immer der grünen Spiele folgen. Würdest du ruhig bleiben, stell dir mal vor. Erst läuft alles gut, ja? Ja. Du denkst dir, ja, hat's gut. Florian! Aber man kann das Beste draus machen. Hör auf! Es ist Tobias um die Ecke. Es ist Tobias? Okay. Nein, ich bin's nicht. Ja, das würde ja, äh, bedeuten, äh, dass Tobias. Ich verteil jetzt Gold auf der Map, weil ich kann's eh nicht benutzen. Hä, wie kannst du das nicht benutzen? Röne, ich hoffe, ich war so, okay, komm her. Ja, ich hab da kein Job. Ich verteil das jetzt hier, ist mir auch egal. Auf dem Punkt ist es mir auch egal. Weißt du, ich hab so viel Zeug, ja? Ja, hör auf mich anzugreifen, sonst bring ich dich auf. Röne, verteilt wirklich Gold. Ich hab's ein. Nein! Ich hab mir gerade einfach einen Zweiter, der Dritte, also ich hab's gekauft. Oh, was ist ein gutes Schild bekommen? Röne, willst du, dass ich was kaufen? Verteil weiter, es macht Spaß. Ja, mach's, man hat's, man hat's, man hat's. Ja, mach's, man hat's. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Nö. Aber ich verzeige gleich noch Emeralds für mein Gold. Alles klar. Kann man für Gold nicht irgendwas kaufen? Für Eisenrüstung, Randomizer, Weapon Case. Hör auf mich anzugreifen. Trankes Leben. Was denn? Ja, das will ich schon sagen. Minecraft Wolf ist, ähm, eine sehr geile Serie. Gib mal einen Like, Leute! Das war's für mein Minecraft Wolf. Lasst ein Like und Abenteuer für mehr Minecraft Wolf hier. Und ja, und tschau!